Möwen gehören einfach zum Stadtbild von Kiel. Und wie in fast jedem Sommer brüten sie in der Nähe unseres Balkons. Daher haben wir einen guten Einblick auf das normale Aufwachsen junger Möwen. Inzwischen laufen sie auch schon frei herum und rufen die Eltern um Futter an. Doch nun hat sich eine dramatische Situation ergeben. Dadurch, dass die Möwen schon laufen können, beschreiten sie das Nachbardach und stürzen einfach dort hinunter, weil das Dach zu steil ist. Die junge Möwe kommt dann aus eigener Kraft nicht wieder nach oben und wird dort, wo sie jetzt liegt, auch von ihren Eltern nicht weiter mit Nahrung versorgt. Mit anderen Worten, sie hat noch zwei Möglichkeiten. Entweder schnell das Fliegen lernen, um wieder hochzukommen oder einfach zu verhungern. Dieses klägliche Sterben gilt es nun zu verhindern. Daher wurde das Tierheim Uhlenkrog verständigt und man wird sich von dieser Seite aus Bemühen, dem Leiden der jungen Möwe jetzt ein Ende zu setzen. Nämlich durch eine gelungene Bergung. Bitte drückt mit mir zusammen die Daumen, dass diese Bergung gelingt.